Es war der 7. Juli 1888. Einer jener Londoner Frühsommertage, die in Wahrheit schon den Herbst ankündigen. Dauerregen platterte auf das Kopfsteinpflaster von Baker Street. Bei Holmes, wie immer nur Haut und Knochen, leicht fröstelte, hatte ich den Kamin angezündet. Aber nicht seine Hitze trieb jetzt die Schweißperlen auf meines Freundes, hohe Stirn. Sie rührten von der Hartnäckigkeit her, mit der er auf der Violine wie besessen die Kadenz mit dieser kitzlichen Apergien-Passage aus dem E-Moll-Konzert von Mendelssohn Bartholdy zu beherrschen suchte. Ich blätterte Gedanken verloren im neuesten Heft des Magazins The Strand, welches seit einiger Zeit... Du hast wirklich allen Grund zum Stolz, Watson. Seitdem du meine bescheidenen Taten als Kurzgeschichten in The Strand publizierst, hat die Auflage sich glattweg verdoppelt. Die Herausgeber dürften dir dankbar sein. Nur, warum schreibst du noch immer unter dem Pseudonym Conan Doyle? Dein Stil liest sich doch gar nicht so übel. Danke für die Blumenhorns. Jeder Mann hat so seine Meriden. Du offenbar bist auf Virtuosen-Ruhm aus. Da lebst du schon so lange mit mir und verstehst von meiner Natur immer noch so wenig. Ich sterbe, wenn ich nicht arbeiten kann. Und arbeiten heißt für mich beobachten, vergleichen, kombinieren. Die Lust am Denken, mein guter Watson. Aber diese Stadt ist wie tot. Nichts als rohe, banale, geistlose Verbrechen, aufklärbar selbst für den Hohlkopf Gregson vom Yard. Ach, ich verkümmere aus Mangel an Problemen, eh suche ich lieber mit dem vertragten Problem dieses Fingersatz-Rätsels. Besuch? Eine Dame. Keine 20 mehr, sie stiege, die stiege sonst nicht so taktfest herauf. Noch keine 30, sie stiege, die stiege sonst nicht so rasch. Gute Manieren. Sie redet leise. Ein armes Fräulein mit Pensionatserziehung. Wäre sie reich, so wäre sie herrisch und wäre schon drinnen. Mr. Holmes, da ist... Eine Klientin. Scheint so. Bitten Sie sie herein. Schickt dir der Zufall grad jetzt einen Fall? Ich lehne den Zufall ab. Dieser Besuch, Watson, in diesem Moment ist ein Akt der poetischen Gerechtigkeit. Ich hör's noch wie heute. Als ihr Name fiel, schlug die Uhr am Big Ben. Miss Morstan, Sir. Miss Morstan? Miss Mary Morstan, die einzige Tochter von Captain George Morstan. Oh, woher wissen Sie... Es ist mein Beruf, das zu wissen, was die anderen Menschen nicht wissen. Guten Tag. Dies ist mein findiger Freund... Guten Tag, Dr. Watson. Oh, woher wissen denn Sie... Dieses Trendfreund ist ein viel gelesenes Blatt. Ich mag Ihre bescheidene Art zu schreiben. Jeder weiß, wer hinter dem Pseudonym Conan deutet. Nun, ich, äh, Miss Morstan, ich ziehe mich zurück. Sie haben gewiss... Nein, bleiben Sie. Bitte. Sie wünschen? Ja, dann... Ich, ähm, komme... Wegen Ihres Vaters natürlich. Er ist also nie wieder aufgetaucht. Nein, ach nein. Jetzt weint sie. Musste auch immer mit der Tür so ins Haus. Nehmen Sie diesen Schluck, Brandy. Es geht schon. Ich bin eine sentimentale Gans. Das sind Sie nicht. Sie müssen verzeihen. Ich lebe von den Rätseln des Lebens. Ja, ein solches Rätsel ist um Ihren Vater. George Morstan, Captain im 34. Bombay-Infanterie-Regiment, zuletzt Kommandant des Straflagers auf den Andamanen, einer kleinen Inselgruppe südwestlich von Indien. Im Jahr 78 bekommt er endlich Heimaturlaub. 78? Das war vor zehn Jahren. Ich war 17 damals, lebte in Edinburgh im Pensionat. Tatsächlich? Ja, wieso nicht? Mein Freund träumt. Captain Morstan kommt am 3. Dezember 1878 in London an. Steigt ab im Hotel Casablanca. Von wo er mir seine Ankunft telegrafiert. Ich, außer mir vor Freude, nehme den nächsten Scotland Express, Eile von Victoria Station ins Hotel. Und finden dort Ihren Vater nicht vor. Sie warten. Sie schalten Scotland Yard ein, natürlich vergebens. Ich warte noch heute. Warum kamen Sie damals nicht schon zu mir? Nun, ich hatte noch nichts publiziert über dich. Und warum kommen Sie heute, nach zehn Jahren? Das tröstet mich, Holmes. Du lässt dich herab zu uns gewöhnlichen Sterblichen. Du fragst. Du weißt also doch nicht alles. Ich weiß, was die Times schrieb über den Fall, Watson. Ich habe dir immer gesagt, du musst die Presse gründlicher lesen. Doch sicher wissen Sie nichts von den Perlen. Von Perlen? Von diesen. Hm. Ja. Fantastisch. Sechs indische Perlen von seltener Größe. Welch ein Reichtum. Sie als Eigentum nicht betrachten. Sie fanden sich nicht im Gepäck Ihres Vaters? Er führte keinerlei Kostbarkeit mit sich. Nein, vier Jahre nachdem er verschollen, erhielt ich ein Päckchen mit solch einer Perle. Hier ist noch der Umschlag. Poststempel 4. Mai 82. Wie klug, dass Sie dies mitgebracht haben. Und seitdem jedes Jahr eine Perle. Bis heute... Heute? Hier. Dieser Brief kam. Feines Papier, kein Absender. Dieselbe Schrift wie auf dem Päckchen. Die Schrift Ihres Vaters? Auf gar keinen Fall. Heute Abend, sieben Uhr vor dem Lyceum-Theater. Dritte Säule von links. Man hat sie geschädigt. Man will sie entschädigen. Keine Polizei bei ihrem Leben. Begleitung von zwei harmlosen Freunden gestattet. Jemand, der ihnen wohl will. Aha. Werden Sie dieser harmlose Freund sein, Mr. Holmes? Mit Freuden. Ich dächte, ich war gefragt. Im Brief war von zwei Freunden die Rede. Deswegen bat ich Sie ja zu bleiben. Seien Sie 20 Minuten vor sieben mit einer Droschke vor unserem Haus. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Sie ging. Mit ihr entspannt ein Hauch von Frische und natürlicher Anmut, wie ich in unseren chaotischen Junggesellenzimmern ihn noch niemals gespürt. Man soll Menschen nie nach dem Äußeren beurteilen. Die reizendste Frau, die ich je kannte, mit dem Lächeln der Unschuld auf den schwellenden Lippen, sie hatte ihre drei Kinder vergiftet. Um eine kleine Erbschaft. Leb wohl. Ich schickte ihm einen Fluch hinterher für seine Gefühllosigkeit. Aber er, ohne sich umzuschauen, begab sich zur Bibliothek nahe dem Heigetfriedhof. Auf die Minute pünktlich holte Miss Morsten uns ab. Ich bewunderte die stille Gefasstheit, mit der sie dem geheimnisvollen Rendezvous entgegensah. Während der kurzen Fahrt zum Lyceum-Theater hing jeder von uns seinen Gedanken nach. Nur einmal vergewisserte sich Holmes... Deinen Revolver führst du doch bei dir. Wie du denn deinen? In der Nähe des Theaters verließen wir die Droschke. Man gab Schicksbeers Morddrama Macbeth und auf dem Vorplatz herrschte lebhafter Betrieb. Die bezeichnete dritte Säule von links. Bleiben Sie dicht bei uns, Miss Morsten. Heil dir, Macbeth, König von Schottland. Seine Morde waren leicht zu beweisen. Aber wer klagt einen König schon an? Sie werden verzeihen. Sind Sie Miss Morsten? Allerdings. Diese Herren? Meine harmlosen Freunde. Wirklich nicht von der Polente? Sehen wir etwa so aus, Mann? Nee, das ist wahr. Bullen rauchen nicht, Pfeife. Hab auch noch nie einen mit so einer komischen Mütze gesehen. Sie schwören? Okay. Steigen Sie ein. Schnell! Zu spät bemerkten wir, dass die Scheiben unserer Kutsche mit schwarzer Farbe blind gemacht waren. Dafür aber hatte der Delegierte des geheimnisvollen Briefschreibers auf dem Bock Platz genommen und wir konnten ungestört miteinander flüstern. Man will Miss Morsten entführen. Und erlaubt ihr, zwei Leibwächter mitzubringen. Nein, Mr. Scholto meint es nicht böse. Wer? Scholto? So hieß Vaters einziger Freund hier in London. Ich weiß. Wir fahren durch Rochester Road. Nur sie führt so lange Schnurgerade aus. Nein, jetzt biegen wir ab nach rechts. Das muss Vincent Square sein. Ja, Major Scholto. Ebenfalls 34. Bombay-Infanterie-Regiment. Er kehrte ein Jahr vor ihrem Vater nach London zurück. Auch vom Camp auf den Andamanen. Jetzt klingt's wohl. Wir überqueren wohl Wauxhall Bridge. Über die Themse hinüber zur Surrey-Seite. Aber Major Scholto wurde damals befragt. Er schwor, Vater in London nicht begegnet zu sein. Den vielen Kurven nach Colt Harbour Lane. Die Highgate-Bibliothek, beste Miss Morsten, bewahrt auch die Chronik des 34. Regiments. Wann erhielten sie die erste Perle? 82. Am 4. Mai. Genau 14 Tage vorher, am 20. April 82, stirbt Major Scholto. Auf Schloss Pondicherry Lodge. Mitch Watson? Fällt dir dabei nichts auf? Nun, höchstens, dass die Pension eines Mädchers niemals ausreicht. Ein Schloss... Da spricht er aus eigener Erfahrung, Miss Morsten. Das muss Stockwell Place sein. Den haben sie immer noch nicht gepflastert. Und jetzt Lansworth Road, wie ich höre. Hier habe ich Murdoch, den Frauenmörder, gefasst. Sie meinen zwischen dem Tod Major Scholtus und der Übersendung der Perle... Muss es einen Zusammenhang geben. Man hat sie geschädigt. Wodurch denn? Wenn nicht durch den Verlust des Vaters. Man will sie entschädigen. Wer denn, wenn nicht... Wir hielten vor einem einsamen Haus, mitten in einem ruinenhaften Neubaugebiet. Aus den Fenstern schimmerte mattes, purpofarbenes Licht. Wer kam da? Die Dame? Die Dame, genau. In Schivas Namen für Serai. Von einem Divan inmitten des nach Weihrauch und Sandelholz duftenden Raumes, dessen Portieren mit indischer Perlenstickerei verziert waren, erhob sich ein kleiner Mann. Sein Kopf war vollständig kahl. Ach, Miss Morsten. Sie sind doch Miss Morsten. Ich bin Mary Morsten. Mein Beileid. Beileid? Was soll das heißen? Ach, Polizisten. Hinaus, laus, laus! Wir Herren sind Freunde. Harmlose Freunde, gemäß Ihrem Brief. Es war doch der Ihre, Mr. Sadeus Scholto. Allerdings. Doch woher? Das Guinness-Adressbuch. Mr. Holmes, Dr. Watson, aber... Dr. Watson, Dr. Arzt, haben Sie denn Ihr Hörrohr dabei? Ohne mein Stethoskop. Hören Sie mein Herz ab. Hören Sie es ab. Die Aufregung macht mir. Die Herzkranzgefäße. Der Streit mit Bachelvejo. Hören Sie es ab. O.B. Gleichmäßig wie die Uhr von Westminster. Gleichmäßig? Wirklich? Shiva sei Dank. Das wundert mich. Bei dem Sohn eines Mörders? Aber nein, Papa hat ihn nicht umgebracht. Wen hat er nicht? Er starb eines natürlichen Todes. Wer starb? Kapitän Morsten. Wie gesagt, mein herzliches Beileid. Oh Gott. Ihre Hand. Dr. Watson. Damit sank sie in Ohnmacht. Für einen viel zu kurzen Moment hielt ich das entzückende Geschöpf in meinen Armen. Dann bettete ich sie auf die Ottomane und wendete Kampfer an, der in solchen Fällen für gewöhnlich rasch hilft. Ich bin eine schreckhafte Gans. Überhaupt nicht. Ich muss jedoch alles wissen. Wie starb er? Ihr Vater. Sie erlauben, dass ich die Wasser pfeife. Sie schweigen? Sie kalkulieren, was Sie verschweigen sollen. Die Mühe ist sinnlos mir gegenüber. Darf ich Ihnen ein Stichwort geben? Am Abend des 3. Dezember 78 erscheint Käpt'n Morsten bei Ihrem Vater. Woher? Nun, es wäre höchst sonderbar, wenn Käpt'n Morsten nach seiner Rückkehr nicht den einzigen Menschen aufgesucht hätte, den er in London überhaupt kannte. Major Scholto. Mit dem Vergangenheit ihn verbannt. Das Strafcamp auf den Andermannen. Gemeinsame Vergangenheit verbirgt oft ein gemeinsames Geheimnis. Um eine Frau. Um Verbrechen. Um Geld. Was wollte der Käpt'n von seinem Major? Ach, ich weiß nicht. Ich war nicht dabei. Ich schwöre, ich wusste nichts von diesem Besuch. Vater hat erst auf dem Sterbebett. Oh, Shiva. Also der Reihe nach. Im Jahre 77 kehrt Ihr Vater von Ihrer Majestät Kronkolonie Indien nach England zurück, lässt sich demobilisieren und erwirbt ein pensionierter Major Schloss Pondicherry Lodge. Warum übrigens wohnen Sie nicht mehr dort? Um Shivas willen. Dort wohnt Bafelmeo. Schon wieder dieser Bafelmeo. Wer zum Henker ist dieser Bafelmeo? Treffend haben Sie das gesagt. Bafelmeo heißt mein herrschsüchtiger Zwillingsbruder. Hol ihn, der Henker. Weiter im Text. Ihr Vater kehrt reich aus Indien zurück. Der reiche Mann von den Andermannen. Erzählt er, woher dieser Reichtum stammt? Niemals. Niemals vor seiner Todesstunde. Und auch da. Aber nervös war er. Schrecklich nervös. Alle Türen verriegelt. Geladene Gewehre stets in Bereitschaft. Vor wem hatte er Angst? Vor Käpt'n Moss. Der Name fiel nie hinein. Völlig absurd. Er fürchtete einen Mann mit Stelzbein. Mit Stelzbein? Beschrieb er den gefürchteten Näher? Seine Hautfarbe etwa? Ja. Er sagte, ein weißer Grüppel mit Holzbein. Und? Kam denn ein solcher? Ach, ich kann schießen, nicht ausstehen. Einmal schoss Papa auf einen Bettler mit Holzbein. Schieber sei Dank, er traf nur das Holz. Und? Schere rein. Der Mann war ganz harmlos. Am 10. April 82 jedoch vernahmen wir Bartholomew und ich aus Vaters Arbeitszimmer den schrecklichen Schrei. Wir brechen die Tür auf. Vater liegt auf dem Boden. In der Hand an den Brief. Es war ein Schlaganfall. Sagen Sie, Doktor, ist sowas vererblich? Nein. Aber der Schlag soll Sie treffen, wenn Sie nicht sagen, was in dem Brief stand. Nichts. Nichts? Seien Sie doch nicht gleich so grob. Nichts als vier Kreuze und darüber der Satz Ich bin in England S. Vier Kreuze? Irgendwo habe ich das schon gesehen. Bin in England. Also war S. Punkt vorher woanders. Ich verstehe nicht, wie Sie jetzt lachen können. Der arme Papa. Auf dem Sterbebett erst fand er die Sprache zurück. Am 20. April 82. Und da sprach er von Geld? Ja. Von einem Schatz. Er nannte ihn den großen Schatz von Agra. Aber er sagte nicht, wo er ihn hätte. Wie sehr wir auch drängten. Bartholomeju war ganz außer sich. Vater jedoch wollte zuerst sein. Er hat ein Gewissen entlasten, indem er ihm in die Perlen gab. Die Perlen. Ja. Woher wissen Sie das jetzt? Sie hätten sie sonst Miss Morsten nicht schicken können. In jedem Jahr eine. Die Schrift auf den Päckchen ist identisch mit der ihres Briefes. Ja. Mir. Vertraute Papa die Perlen. Mir. Und nicht Bartholomeju. Er hätte niemals Vaters Vermächtnis, seine Sühne und seine Reue. Denn der Schatz gehörte zu gleichen Teilen dem Käpt'n und dem Major. Nicht wahr? Und der Major bringt ihn nach London und erwirbt Pondicherry Lodge. Aber ein Jahr später erscheint Käpt'n Morsten und verlangt seinen Anteil. Und wird ermordet. Nein! Bei Shiva! Vater schwor auf dem Totenbette, das ist ein Unfall, der je zorn ist Käpt'n. Und plötzlich schrie Papa mörderisch auf. Da schrie er, das Gesicht, da am Fenster, die bärtige Fratze. Wir waren herum, das Fenster ist leer und Vater ist tot. Das Versteck des Schatzes benannte er nicht mehr? Wir haben gesucht, gesucht und gesucht, im ganzen Schloss, in den Kellern, im Park. Heute hat Bartholomeju die Truhe gefunden. Er schrieb mir, ich wohin, dann schrieb ich Ihnen. Ja, Ihnen, Miss Morsten, Sie müssen doch Ihren Anteil haben. Das ist wirklich sehr ehrenwert von Ihnen. Bartholomeju erwartet uns, wütend. Er will nicht heilen. Er ist ja so roh. Er ist immer so roh. Ich hasse ihn. Fahren wir hin. Nachdem Bruder Bartholomeju den ganzen Park hatte umgraben lassen und auch dabei nichts fand, als das Gelät... Nun schweigen Sie doch mal. Er wurde anständig beigesetzt. Der Grabstein aus schwarz geedertem Porphyr. Ich bestand darauf gegen Bruder Bartholomeju. Holender Henker, ließ er doch über Vaters Arbeitszimmer die Höhe des Daches vermessen, fand heraus, dass zwischen ihr vom Boden des Zimmers gerechnet und dessen Höhe die Differenz ist. Kurz, zwischen Zimmerdecke und Dach musste ein Hohlraum. Er entdeckte in der Decke die Falltür, darüber die Bodenkammer und drinnen für zwei Millionen Pfund Sterling schmuckende Schmeide und allein 143 Diamanten 97 Schmaragde. Ah, kästlich in einer kleinen eisernen Truhe. Die Hälfte davon und wenn Bartholomeju noch so sehr wütet, die Hälfte missmausten für sie. Des Glatzkopfes Versprechen erlöste mich von der Versuchung meiner törichten Wünsche, denn der Besitz von einer Million erhob Mary Morstan in für mich unerreichbare Höhen. Dies, Miss Morstan ist Pondicherry Lodge. Jetzt muss Bruder Bartholomeju Sie müssen ihr Anrecht Vorher will ich das Grab meines Vaters unter der Blutbuche links vom Portal. Stumm stand sie vor dem im Mondlicht schimmernden jedoch nicht beschrifteten Stein. Plötzlich mich überlief ein Schauer. Plötzlich mir stockte der Atem. Plötzlich griff sie trostsuchend nach meiner Hand. Da sind wir MacMurdle. Geh hinein und meld uns an. Sie kenne ich Mr. Cedeos. Sie dürfen reinkommen. Die Leute da kenne ich nicht. Die bleiben draußen. Aber Mr. Bartholomeju weiß, er erwartet uns alle. Nee, Mr. Bartholomeju ist den lieben langen Tag nicht aus seinem Arbeitszimmer gekommen. Er hat mir nichts aufgetragen. Nehmen Sie einen Fuß aus der Tür, Mr. Sonst hauen Sie ab, ich kenne Sie nicht. Oh doch, MacMurdo, mich kennst du schon. Drum bleibt mein Fuß in der Tür. Wer zum Teufel... Denk mal vier Jahre zurück, MacMurdo. Piccadilly Circus, Allison Room, das Box Turnier. Wer schlug dich da in der dritten Runde... Das war ein Knockout. Mr. Holmes, hätten Sie mir jetzt Ihre trockene Rechte, ich hätte Sie sofort... Warum sind Sie nicht geblieben im Club? Mit Ihrem Talent? Sie hätten es verdammt weit bringen können. MacMurdo! MacMurdo! Hör zu hier! Was um Gottes Willen! Hier, Mrs. Bernstein! Die Wirkschafterin von Bartholomea... Mr. Tateus! Mrs. Bernstein, was ist passiert? Hier steht übrigens Miss Morstan, von der ich Ihnen... Oh Gott segne Sie und Ihren Verlobten! Das ist... Das ist leider ein Irrtum... Ach, wenn nur mich einer so an der Hand... Oh, das Gesicht! Es ist schrecklich! Der arme Mr. Bartholomeo! Was denn? Waren Sie in seinem Zimmer? Das ist Mr. Holmes. Sie sind... Na, Sie schickt unser Herrgott! Schauen Sie sich sein Gesicht an? Nein, drin war ich nicht, es ist ja verschlossen, blau und eine Grimasse, gräulich. Ich habe ihn durchs Schlüsselloch, weil er doch den ganzen Tag nicht aus seinem Zimmer dieses Gesicht... nicht... McMurdo, den Feuerhaken dort vom Kamin... Wo ist das Zimmer? Die Treppe hoch! Links! Los, Watson! Aber dann müssen Sie unbedingt... Ein Autogramm, Mr. Holmes! Ich lese doch leidenschaftlich ist das Strang! Oshiva! Kein Puls, keine Atmung. Die Leichenstache geht weit über den gewöhnlichen Rigor Mortis hinaus. Hippokratisches Lächeln. Rissus Sardonicus. Alle Symptome eines pflanzlichen Giftes. Die Truhe! Sie ist weg! Hier hat sie gestanden! Hier hat ich mit ihm sie abgestellt! Er verschloss hinter mir die Tür, als ich ging! Der Schatz ist gestohlen! Schreien Sie nicht! Nehmen Sie Ihren Wagen, rasch! Die nächste Wache ist Robert Street. Polizei? Nein! Fahren Sie schon! Oder haben Sie Angst? Halt! In diesem Zimmer verstarb auch Ihr Vater. Allerdings. Herren Himmel! Gehen Sie! Das ist kein Anblick für Damen. Oh, Mr. Watson! Aha! Was ist denn das? Watson, schau dir den Zettel an. Vier Kreuze, die mit den Seidenarmen einander berühren. Nur gleich einer Kette. Ich bin eine schreckhafte Gans. Vier Kreuze, zeigen Sie. Hier stinkt es abscheulich. Ja, nach Hylotox. Was denn? Sie sind immer noch da. Machen Sie, dass Sie zur Polizei. Miss Morsten? Was haben Sie denn? Ich glaube, jetzt weiß ich. Das ist unheimlich. Nein, ich muss erst nach Hause. Muss nachschauen. Sie kennen dieses Zeichen, Miss Morsten? Ich glaube, es ähnelt dem Zeichen der Vier. Mit der ihm eigenen kühlen, aber raschen Präzision erteilte Horns seine Anweisungen. Der Wagen Schultus sollte in Robert Street den angstschlotternden Glatzkopf Sadeus absetzen und dann Miss Morsten nach Hause bringen, wo sie nach dem Zettel mit dem Zeichen der Vier suchen wollte, den sie in der Hinterlassenschaft ihres Vaters gesehen zu haben glaubte. Dann wollte sie meinen Besuch abwarten. McMurdo und Mrs. Bernstein wurden ins Souterrain verwiesen. Wir blieben allein. Jetzt haben wir dreißig Minuten für uns. Herrliche dreißig Minuten Arbeit. Leider liegt der Fall ziemlich klar. Was liegt denn hier klar? Ein Tod an einem verschlossenen Raum, auch das Fenster ist fest verriegelt. Und dennoch hat jemand den Mann getötet. Schau hier hinter seinem Ohr. Sieht aus wie ein Dorn. Es ist ein Dorn. Zieh ihn heraus. Vorsicht, er ist vergiftet. Und zertritt nicht die Fußspur. Fußspur? Ein runder erdiger Abdruck. Von einem Stelzfuß. Von was? Der Mann mit dem Holzbein, den Major Scholto so sehr gefürchtet. Die Erde ist roter Lehm aus dem Park. Tatsächlich der Dorn einer tropischen Pflanze. Die Spitze in schwarze Tinktur getaucht. Herr wie um Himmels Willen benutzte... Derselbe, dem auch diese Waffe gehört. Seine Art Steinbeil. Höchst primitiv. Als ob ein Neandertaler. Nein, Holmes, also mir ist diese Angelegenheit zu verworren. Im Gegenteil, sie wird immer klarer. Du verstehst die Sprache der Dinge nicht. Vielleicht hast du die Güte zu dolmetschen. Lass uns erst alle Schiffren studieren. Meinetwegen, wenn ich auch nicht. So öffne das Fenster. Da, auf dem Sims. Wieder der Kreisrunde Abwruck, nicht wahr? Ja, verdammt, und ein zweiter. Sehr gut, von einem eisenbeschlagenen Schuh, das ist unser Mann. Natürlich, ein Krüppel mit Holzbein erklimmt diese glatte, 60 Fuß hohe Hauswand. Unmöglich. Nicht, wenn ihm ein Helfer dies Seil herabließ, das hier in der Ecke. Unser Stelzfuß hat also einen Komplizum. Ein Krüppel und ein Neandertaler. Völlig absurd. Nein, logisch, mein Freund, logisch. Du bist auf der richtigen Spur. Der Stand ist entsetzlich. Wo kommt es bloß her? Ich glaube, Barzolomeo war wohl Chemiker aus Passion. Diese Stube ist ja das reinste Labor. Ah, wirklich, ein Glasballon Hypotox, womit man Holz imprägniert gegen Würmer, in Scherben. Die Brühe lief auf die Dielen. Harms! Interessant, ein Fußabdruck in der stinkenden Pfütze. Ja, aber das ist doch der Fuß eines Kindes. Fußabdruck und mich das Mysterium dieses Falles fast lähmte, vor Holms geradezu fröhlich in seinen Untersuchungen fort. Schau schau an, die Blutbuche an Morstens Grab erhebt sich genau gegenüber dem Fenster, zu weit entfernt zwar, um von ihr aus direkt, aber doch nah genug einem einigermaßen geschickten Kletterer zum Einblick in diesen Raum zu verhängt. Du meinst die bärtige Fratze hinter dem Fenster? Zum Beispiel. Ah, und da haben wir im Plafond ja auch die Falltür zum Dachversteck. Hilf mir Haltung des immer noch angstschlotternden Glatzkopfes Satios, der Detektiv Sergeant Tobias Gregson, die Hoffnung von Scotland Yard, ein rot gesichtiger Bursche mit Mundgeruch. Ne schöne Leiche. Und hier stand die Truhe, die mit dem Schatz. Auf dieser Stelle. Und da oben hat er sie rausgeholt. Hallo Holmes, prima sie zu sehen. Na Abend Gregson, ganz meinerseits. Da oben, ja. Und nur ist sie weg, ja. Und als sie noch da war, waren sie auch da. Ja, freilich, ja, aber... Mr. Thetheus Scholto, Sie stehen im dringenden Verdacht, den gewaltsamen Tod Ihres Zwillingsbruders Pater Lumi Scholto verursacht zu haben. Im Namen der Königin, Sie sind verhaftet. Und die Schatztruhe finde ich auch noch bei Ihnen. Ich doch nicht, bei Shiva, Nein, ich... Bei Shiva. Wer ist denn Shiva? Wohl ein Komplize, was? Sehr gut gefragt. Ein Komplize im Geiste gewissermaßen. Shiva ist eine indische Gottheit. Naja, wie auch immer. Alles, was Sie von jetzt an sagen, kann gegen Sie verwendet werden und so weiter. Bringt ihn weg. Aber bitte doch nicht Ihr Anfass. Na, Holmes, sehen Sie, da staunen Sie was? Allerdings. Naja, das ist kein Fall für den theoretischen Kopf. Wenn ein Fall klar liegt, so muss man... Und der Fall liegt klar? Ja, so klar wie nur was? Ist ja faszinierend. Der eine Scholto sticht dem anderen den Giftstachel hinters Ohr, nimmt die Truhe und geht, woraufhin der Ermordete sich erhebt und hinter dem Mörder die Tür abschließt. Was? Naja, der Schlüssel hier steckte in seiner Tasche. Was? Sie sind ja ein Schalkhomes. Vielleicht hat der Kalkopf einen zweiten Schlüssel. Die Zwillingsbrüder waren Todfeinde. Ach was, solche Kleinigkeit spielt doch keine Rolle. Wenn einer bloßen Motiv hat, verstehen Sie? Und der da hat eins. Ha 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 ha! Als der polternde Ignorant mitsamt der Leiche fort war, warf ich mich in eine Droschke und begab mich zunächst zu Miss Mosten. Sie empfing mich an den viktorianischen Kamin gelehnt in einem schlichten Hauskleid von weißem Chiffon. Ah, lieber Doktor, ich hab es gefunden. Es war ein Blatt in Vaters Notizbuch. Verständliche Rührung übermannte sie. Ich steckte den Zettel ungelesen in die Tasche und überließ Miss Mosten der Obhut der würdigen Mrs. Forrester, bei der sie als Gesellschaftsdame in Dienst stand und die aus Gründen der Schicklichkeit mit ihr zusammen meinem späten Besuch entgegen gewacht hatte. Tausend kindische Wünsche im Herzen fuhr ich den Gasse nahe der Krümmung der Thames bei Lambeths um von dem in Fachkreisen wohlbekannten Tierzüchter Schirmen den Wunderhund Tobi auszuwarten. Tobi war der größte Riesenschnauzer den ich je erblickt. Unwillkürlich erinnerte ich mich des Mordköders den wir seinerzeit im Moor von Baskerville im Unterschied zu diesem aber legte Tobi Gottlob die strengste Disziplin an dem Tag. Braver Hund braver Tobi komm wir wollen zu Mr. Holmes der braucht deine Nase an den Türmen von Westminster vorbei über denen mit blutigem Rot die Sonne sich ankündigte fuhr ich mit Tobi zurück nach Pondicherry Lodge und es war schon fast Tag als wir den Park betraten Tobi 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 Hey Watson hier wo denn zum Teufel hier auf dem Dach Hallo Holmes ich komme rauf ich komme runter alles ist klar er stand genau über Scholtors Arbeitszimmer hinter ihm eine geöffnete Luke sie musste zu der geheimen Bodenkammer gehören die Äste der Blutbure reichten an dieser Stelle bis zum Dach des Hauses hinüber eine sehr leichte Person von einiger Gewandtheit ein Kind zum Beispiel mich überlief es eiskalt hätte durchaus von der Bure aufs Dach von da in die Kammer ins Zimmer dort Scholto getötet dann das Seil aus dem Fenster damit der Stelzfuß aber wie kamen die beiden dann aus dem verschlossenen Zimmer unter Hinterlassung des Seiles wieder davon doch nur über das Dach ich blickte hinauf Holmes schien wie immer die treffende Idee schon vor mir gehabt zu haben denn gerade balancierte er mit der Grazie eines Seiltänzers auf dem Dach entlang zur weit entfernten Regenrinne und kletterte dann geschickt an dieser zu mir herab riskant aber möglich und wenn's drauf ankommt sogar mit Holzbein und einer Schatzkiste auf dem Rücken na braver Tobi erzähl mir doch was du in der Kammer später mein Freund wir müssen uns sputen such Tobi such er hielt dem Hund ein Taschentuch unter die Nase es roch durchdringend nach Hületox Tobi entdeckte die Spur sofort er ruckte stürmisch an der Leine zog uns vom Weg herunter quer über eine Rosenrabatte und da entdeckte ich mein Gott Holmes da ist ja schon wieder die Spur dieses Kindes dieselbe wie in der Dachkammer komm jetzt im Laufschritt fast ging es nun hinter dem eifrigen Tobi hier der mit wunderbarer Sicherheit ohne auch nur einmal zu zögern die Fährte verfolgte so zog und zerrte er uns durch Stoisem und Brixton bis hinunter nach Camberwell die Schurken fliehen zur Themse hinab langsamer langsamer die Spur wird offenbar frischer und frischer wir sind unserem Pärchen dicht auf den Fersen du solltest deinen Revolver entsichern Wurzen welch ein Verkehr hier in Kennington lehnen und dennoch ist Tobi nicht zu beirren ein wahres Genie von einem Spürhund bei Riesenschnauzern hat man das nur selten der Trubel von Nights Place zu Tobi such Ah da in den Hof Watson jetzt machst dich auf alles gefasst wie denn was denn warum denn siehst du die Fässer da auf dem Wagen eines ist leck riechst du nichts Watson verdammt Lutox Tobi ist zuletzt diesem Wagen gefolgt hey guter Mann was für ein Hof hier Sossebys Altmöbelmagazin dann allerdings wenn wer unter Holzwürmern leidet dann Sossebys renommiertes Versteigerungshaus aber Holmes war durch Tobbys begreiflichen Irrtum nicht in Verlegenheit zu bringen hinter dem braven Hund her verfolgten wir mit verdoppelter Eile die Spur von Sossebys Hültoxtransport wieder zurück und tatsächlich von Nights Place bog Tobi jetzt in Broad Street ein und führte uns bis an deren Ende wir betraten einen schwankenden hölzernen Ponton am Bühne der Tänse zu spät sie sind übers Wasser entwischt damit wäre der Fall wohl zu Ende im Gegenteil Watson damit bist du dran mach schon sag was steht auf dem Zettel oder hat sie ihn nicht gefunden der Zettel ja so ich ich hab noch gar nicht wieder vier Kreuze wie eine Kette ja aber hier stehen vier Namen dabei Mohammed Khan Abdullah Khan Dorst Akbar Jonathan Small Watson da haben wir unseren S-Punkt Small dazu ein grob gezeichneter Plan wie ein Grundriss der Grundriss der Zitadelle von Akra erinnere dich an Scholters Erzählung der große Schatz von Akra Watson er genoss für einen Moment meine Verblüffung dann machte er auf dem Absatz kehrt und steuerte auf das kleine Haus zu das nahe dem Ponton am Ufer stand auf einem Schild über der Haustür war zu lesen Mord K. Smith Dampfbootvermietung kommst du zurück Jacky wirst du dir waschen wenig was für ein netter Junge Drecksack hört nie nicht wenn der Vater nicht da ist ach Mr. Smith ist nicht da sehen sie die Bloody Mary nein allerdings und gerade die Bloody Mary wollte ich mieten ein prächtiges Schiff hey Jacky gibts irgendwas was du dir wünschst klar ein Schilling sonst nichts doch zwei Schilling da hast du fang auf Gott soll ihnen segnen tja mitten in der Nacht ist er fort mein Smith mit der Bloody Mary die ganze Schose macht mir so nervös nervös man lobt Mr. Smith in Camberwell als einen der erfahrensten Schiffe er müsste ja schon längst wieder hier sein hat doch kaum genug Kohle gebunkert um bis Wulwich um wieder retour zu kommen och und dann dieser fiese Kunde die Nacht dies Humpelbein mit dem Kind an der Hand och hässlich wie ein Affe ich bin so nervös ich bin so nervös sie verschwand jammernd im Haus nachdem Holmes von dem wasserscheuen Sprössling des verschollenen Dampfschiffers Smith noch einige ziemlich präzise Angaben über Farbe Form und Größe der Bloody Mary erhalten und vom Postamt Ingrid Peter Street ein Telegramm aufgegeben hatte langten wir endlich wieder in Bega Street 221 B an wo ich in meinem Lehnstuhl sofort in tiefen Schlummer fiel still Tobi Platz Platz was gibt's denn ah mein braver Lieutenant Wiggins Lieutenant Wiggins lassen Sie sie herein Miss Hudson Streift euch zumindest die Füße ab Schuhe habt ihr ja so keine Hand Hallo Mr. Holmes Hallo Dr. Watson Sie haben rein in die gute Studie da sind wir Chef brachte die ganze Truppe gleich mit weil in ihrem Telegramm lese ich was von Fahndung richtig gedacht Wiggins siehst du Watson das ist mein Detective Bataillon sie kennen jeden Winkel von East End kommen überall rein sehen alles und Watson sie fallen niemandem auf anders als Gregson und seine Männer mit ihren Gummimänteln und steifen Hüten was wie rasch ihr hier seid vier Schilling sixpence Chef für die Bus Billets ist er nicht prächtig Watson hier hast du passt auf ihr sucht ein Dampfboot Temse abwärts von Broad Street sein reizender Name ist Bloody Mary der Rumpf schwarz mit zwei weißen Streifen der Schornstein ebenfalls schwarz mit rotem Rand einer von euch hält Wache in Broad Street am Steg von Mord K. Smith Bezahlung wie immer zwei Gineen extra für den der die Bloody Mary entdeckt und nun raus jetzt bleibt uns nichts als warten wenn die Bloody Mary auf dem Wasser liegt und nicht drunter werden sie sie zu finden wissen und mit ihr unseren Mann und das Kind mir ist unheimlich Holmes ja mir auch vor allem weil dieses Kind ganz gewiss kein gewöhnliches Kind ist nein ganz gewiss nicht ja ein Kind das eine Steinaxt benutzt das über mehrere Meter Entfernung per Blasrohr einen vergifteten Dorn Mr. Scholto genau hinters Ohr appliziert per Blasrohr von welcher Stelle denn aus natürlich von oben durch die Falltür zu der geheimen Kammer die Lage der Leiche die Richtung des Dorns hast du wieder mal gar nichts bemerkt na selbstverständlich nicht so viel wie du die Übermüdung macht dich reizbar mein Freund ich besitze weder deine eiserne Kondition noch deinen Scharfsinn ich bin Arzt ach was du meine Kondition nennst ist nichts als die Anspannung durch den Reiz eines Rätsels aber während du schliefst hab ich es leider gelöst du machst mich wahnsinnig Holmes willst du damit sagen die Zeichnung die du von Miss Morsten brachtest wurde zum Schlüsselglied meiner Kette der Rest steht im Geografie Handbuch unter A schau nach Watson da wo ich den Zettel Anakrion Annalysis Anklam Andreas Andamanen Andamanen Aha Inselgruppe in der bengalischen Bucht 340 Meilen nördlich von Sumatra Korallenriffe Haifische Straflage der britischen Kolonialarmee Dort war Käpt'n Morsten der Chef Major Scholto sein Stellvertreter und Jonathan Small einer ihrer Gefangenen die Haier ersetzten den Stacheldraht weiter die Ureinwohner der A Punkt gelten als die kleinste lebende Menschenrasse Höhe im Durchschnitt vier Fuß ach hässlich große Köpfe besonders kleine Hände und Füße da hast du deine Kinderspur Watson mein Gott Bewaffnung Steinbeil Blasrohr vergiftete Pfeile Neigung zum Kannibalismus Ja Watson nun haben wir alles beisammen für ein neues Ruhmesblatt in den Annalen unserer glorreichen Kolonialarmee Nur wird es wohl niemals geschrieben werden Ich werde es schreiben Ich ahne ein paar Dinge müsstest du mir allerdings noch erklären Alles beginnt mit dem Zeichen der vier Drei indische Sicks ihren Namen nach und Small ein britischer Soldat offenbar trotz seines Holzbeins in den Wirren der Kämpfe um Agra du erinnerst dich Watson an die verzweifelten Versuche der Inder unserer Armee das Sesshaft werden auf ihrem Subkontinent zu verweigern gelangen die vier frag mich nicht wie in den Besitz eines gewaltigen Schatzes der jedenfalls Engländern nicht gehörte sie verstecken ihn in der Zitadelle um ihn in friedlichen Zeiten aufzuteilen daher der Lageplan daher die Anordnung der Kreuze die einem Gelöbnis gleicht einem Versprechen aber zur Teilung kommt es nicht mehr denn Small er wird uns erzählen warum landet als Sträfling im andamanischen Camp was aus den Six wurde kann ich nicht sagen es ist viel Blut geflossen in Indien und nun folgt das Bubenstück der wackeren britischen Offiziere wahrscheinlich gegen das Versprechen ihn freizulassen will Small seinen Schatz mit ihnen teilen er offenbart das Versteck sie betrügen ihn Scholto bringt den Schatz an sich und flieht nach England ein Jahr darauf folgt ihm Morsten und der betrogene Small bleibt gefangen dies alles erklärt Scholto's Angst vor dem Krüppel es erklärt sein erschrecken als er den Brief liest was er befürchtet war eingetreten Small war geflohen wohl mit Hilfe des treuen andamanischen Kannibalen der ihm auch hierher nach London gefolgt Small belauert das Schloss Scholto erblickt sein Gesicht hinterm Fenster und stirbt aber Small erfährt auch und holen mich der Teufel wenn nicht durch meinen Sparings Partner McMurdo dass der Schatz nicht aufzufinden er wartet geduldig er wartet bis gestern der Kannibale im Sinne des Wortes bläst Scholto Junior das Lebenslicht aus sie fliehen mit dem Schatz und Small hinterlässt bei dem Toten als Urkunde seines Anspruchs und Rechtes das Zeichen der Vier Wir warteten bis zum nächsten Tag Zum Henker Der Fall ist klar und der Täter verschwunden Die Bloody Mary nicht aufzufinden zum dritten Mal schon hat Wiggins gemeldet dass er mir nichts zu melden hat Schluss ich mache mich selbst auf die Suche Und wenn sie doch hinaus in die Straße Sie haben zu wenig Kohle an Bord die Bloody Mary ist auch kein seetiefiges Schiff Es gibt genug Fähren hinüber zum Kontinent es gibt Transantlande Kleiner Sie haben ja Geld Und ein viel zu auffälliges Signal am Nein Watson Nein Sie warten versteckt bis sie glauben dass man nach ihnen nicht mehr sucht aber ich suche und werde sie finden ich gebe dir Nachricht leb wohl sorgenvoll blieb ich mit Tobi allein ich fand keinen Schlaf in der Nacht keine Ruhe am Tag und von Holmes kam kein Zeichen stattdessen kam plötzlich Guten Tag Dr. Watson Miss Morstan Miss Morstan Ich bin eine sentimentale Gans Ich hielt es bei Forresters nicht mehr aus Seit drei Tagen keine Nachricht von ihnen Ich wähne sie auf der Spur der Verbrecher Wir kennen sie ja Holmes hat sie entlarvt Sie sind spurlos verschwunden mit ihnen der Schatz nun auf noch Holmes Wo steckt Holmes Ich weiß nicht Guten Tag Mr. Gregson Das ist Miss Morstan Tag Miss Tja Verdammt Ich musste diesen Scholter The Deus freilassen Sein Alibi ist wasserdicht und ich steh im Regen Nun brauchen sie Holmes Gott brauchen Außerdem hat er mich telegraphisch hierher bestellt Ich weiß aber gar nicht Dr. Watson Da wär schon wieder dieser Wiggins Hallo Doktor Tag Bulle Oh Miss Küsst die Hand Ich Werde Mich schickt der Chef und lässt ihn sagen wenn sie einen Killer haben wollen von Scholto dann sollen sie jetzt machen was ich ihnen sage Rückschang raus damit Freundchen mit dem schnellsten Dampfboot und ein paar von ihren Greifern an Bord sollen sie heute Abend pünktlich um sieben sich am Cave von Westminster einfinden Ich und Mr. Holmes haben nämlich die Bloody Mary endlich entdeckt Es war der pfiffige kleine Wiggins der auf die Idee kam fahren wir los welchen Kurs stromabwärts zum Tower sie stoppen gegenüber von Jakobsens Werft Ja Wiggins meinte wenn wir die Bloody Mary an keinem Steg entdecken könnten sowohl deshalb weil sie maskiert worden sei Das heißt maskiert Sie meinen man hat ihr Aussehen verändert Genau Ich bin doch froh Miss Morstan Watsons dringender Bitte nachgegeben und sie mitgenommen zu haben Miss Morstan finde ich hat ein Anrecht darauf als erster den Schatz Ich suchte also in Reparatur Docs zehnmal vergeblich Bei Jakobsen hab ich sie endlich gefunden maskiert die weißen Streifen schwarz übermalt und der Name verändert sie heißt jetzt White Virgin Heute Abend um acht soll sie abgeholt werden Wir dampften an der City vorbei und verbargen uns hinter einem Pfeiler von Tower Bridge von wo aus wir Jakobsens Werft gut im Auge behalten konnten Die Bloody Mary da kurvt sie heraus da fährt sie Strom ab Volldampf voraus Sie fährt wie der Teufel weiß nicht ob er sie ein holen wird feuert und wenn der Kessel zerspringt wir müssen sie kriegen mehr dampf mehr dampf tatsächlich kamen wir langsam näher aber dann schob sich ein Schleppzug zwischen uns und die Bloody Mary und raubte uns wertvolle Sekunden im Pool of Landen jedoch hatten wir sie wieder vor uns und jagten sie an den West Indian Docks vorbei die Depp verdreht hinunter und um Isle of Docks herum Der Vorsprung schmolz betrug er nur noch 100 Meter bei Blackwell nur noch 50 und nun konnten wir schon deutlich die Leute an Bord erkennen den Schiffer Smith der vom Flammenschein umlot wie ein besessener Kohlen ins Feuerloch schaufelte der untersetzte vollbärtige Mann der mit gespreizten Beinen am Ruder stand konnte nur Jonathan Small sein an der Heckreling aber lauerte zwergenhaft klein das hässlichste geschöpft das ich je erblickt hatte es hob ein langes Rohr an die lippen wobei seine augen bösartig funkelten schieß boxen wenn dein Leben dir lieb ist was 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 hol den mann aus dem wasser Erst nachträglich begriff ich das wirre Geschehen. Von unseren Schüssen getroffen war der andamanische Kannibale Tonga ins Wasser gestürzt. Dabei hatte Small vor Schreck und Wut die Ruderpinne verrissen und die Bloody Mary oder White Virgin, wie sie jetzt hieß, gegen das Ufer gesetzt. Die Gewalt des Anpralls schleuderte auch Small in die Fluten der Themse. Aber der brave Toppy fischte ihn heraus, so dass Gregson und seine Männer ihn greifen konnten. Das war knapp. Schau Watson und auch Sie, Miss Morrison. Oh Gott. Im Holz der Kajütwand, vor der Holmes und ich gestanden, steckte ein schwarz glänzender Dorn. Gregson inzwischen hatte auch den betrunkenen Schiffer Smith verhaften und mitsamt der Schatztruhe von dem Wrack auf unser Boot herüberbringen lassen. Da stand nun die kleine, eiserne Truhe mit dem Akra-Schatz, der so viel Verwirrung, Leiden und Tod gestiftet, vor uns. Nehmt einen Bootshaken, brecht das Ding auf. Verdammt. Was ist das? Die Kiste ist leer. Wirklich leer. Gott sei Dank. Sie sind wirklich ein Mann von Charakter. Small. Wenn ich ihn nicht krieg, soll keiner ihn haben. Der Agra-Schatz liegt auf dem Grund der Themse. Das Geständnis des John de S. Small hat deine Hypothesen glänzend bestätigt. Ich habe es diesem Bericht für Mrs. Strand als Anhang beigegeben. Sie werden also die Story drucken? Allerdings. Es wird Proteste geben aus der Armee. Blickst du deshalb so missvergnügt? Nein, Holmes. Es ist nur... Ich musste gestehen, als klar war, dass Miss Morsen nicht reich werden würde. Gerät dich doch stark in Versuchung, um ihre Hand anzuhalten. Oh Gott. Sie kam mir zuvor. Sie hat nämlich beschlossen, vom Erlös ihrer Perren ein Weißenhaus einzurichten für Kinder, deren Vater im Indischen Krieg geblieben. Diese gute Seele. Sie will nur noch diese Aufgabe leben. Und Scholto, der Kahlkopf denkt dir, wird sie unterstützen. Tja, Holmes, so bleibe ich dir erhalten. Das freut mich für dich. Liebe ist etwas so Emotionales. Und Emotionen trüben die Logik. Ich werde niemals heiraten, siehst du. Aus Furcht, meinen Verstand einzubüßen. Bravo. Verdammt. Du spieltest die Arpettchen doch ausgezeichnet. Und versinke in tödliche Langeweile, da nun auch dieses Problem gelöst. Still, Freund. Höre ich da nicht wen auf der Treppe? Schönen Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017